Ja, hallo, ihr zwei. Ich darf euch ja interviewen. Ja, bitte. So, was haltet ihr so hier für die Corona-Maßnahmen? Ich finde sie absolut wichtig. Und solange die Pandemie definiert ist als irgendetwas, gibt es weltweit, müssen wir uns einfach irgendwie Mindestabstand halten. Das ist Haut an Haut. Und wir müssen Mund-Nase bedecken mit dem Mund und Naht und dem anderen. Und das hält gesund, weil es dann wie das Immunsystem stärkt. Und wir brauchen alle Viren und Pandemien. Und Drosten hat ja schon alle Preisen gewonnen. Finde ich toll. Es soll noch mehr Kreuze geben. Das Bundeskreuzamt oder was. Der soll alles bekommen, was er Lust hat. Und wir halten einfach den Mindestabstand und wir gehen gar nicht mehr auseinander. Das ist das Wichtige. Ja, genau. Und ihr zeigt auch nochmal für die Mitmenschen, die eine richtige Mund-Nase-Bedeigung haben. Mund-Nase-Bedeigung ist so. Und so, jawohl. Super toll. Also vielen, vielen Dank. Er setzt jeden, jedes Impfstoff. Ja.